Jo moin Leute, herzlich willkommen mit der Formel 2 aus Aserbaidschan in Baku. Saison 2023 mit dem Sprintrennen. Los geht's. Heute um 9.35 Uhr live auf SkySport F1 und im F1TV. Das Sprintrennen gewinnt Enzo Fittibaldi. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter auf 2 kommt ins Ziel Dennis Hauer vor Clément Novolac. Dahinter auf 4 kommt ins Ziel Arthur Leclerc. Dann dahinter Jack Crawford. Auf der 6 kommt ins Ziel Jack Duren vor Theo Boucher. Dann 8. Isaac Hatcher. Und 9. und 10. wird Frederik Westy und Viktor Martins. So das passt von der Formel 2. Saison 2023 aus Aserbaidschan in Baku. Sprintqualifizieren. Saison 20... Äh, Sprintrennen. Äh, Hauptrennen. Saison 20, 22, 23. Äh, 20, 23. So wenn ihr das Video gefallen habt, lasst ein Däumchen noch. Und da? Vergiss kein Abo. Dann nimmst das Glöckchen. Das nicht vergessen, sagt die Wien. Da verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf den Channel. Bis denner. Good to race. Ciao.